Servus de Völler, na servuses Land, der gute Gschmuck ist schwer am Sand. Wie's weder gegangen? Hayley Deinberg, der wortgewaltige Musikphilosoph, präsentierte in einem Wiener Innenstadtlokal seine neuesten Tonsprünge. Titel der neuen CD, kalt, warm. Wenn jemand kalt, warm gegeben hat, ihm so lange an einer Erwartungshaltung zündeln vom Publikum, bis er sich irgendwann brausen kann. Jetzt geht's überall auf die Wehen, schreien euch die Hände rein, oder Grain rein, oder alles rein, müsst ihr nicht extra hart, könnt ihr gleich dort bleiben und dort rein, weil selbst bei Heureden ist besser als beim Meinl, glaubt ihr es, selbst bei Heureden halb so gefährlich wie beim Keinl. Ja, der Hayley, der ist immer nach der Schule bei uns am Garten vorbeigegangen und der hat immer die schönsten Frauen gehabt. Das hat mich immer begeistert und da haben wir gedacht, ich muss auch Musiker werden. Nein, das war immer nur eine. Das war immer nur eine. Die meisten Musiker werden wegen den Frauen Musiker, damit sie mehr Auftrag haben. Frauen und Männer sind ein Team, heute ohne Trainer. Es war immer schon so, schon mit 16, dass Liebe und Musik einfach eine automatische Verbindung hatten miteinander. Die muss ich halt länger, das ist wahr. Die hat was Absolutes.